Nein, ein Ghost! Das ist ein Blödscht, äh, Galio! Ja, sicher damit schnell das Team in Rumpen! Ich glaube, das macht keinen Sinn eigentlich. Du kannst immer Ghosten, um auf die Lane zu laufen. Danke, Alter, der ist äh, dir 15. Ja, der ist Galio. Der Galio ist sicher am Ghosten. Er weiss immer... Ghosting. Wow, ich bin sicher auch noch geil wegen der Ulti. Ich bin so gut auf die Fahre, ey. So, man neigt dir vor allem weg der Ulti. Ich weiß gar nicht, ich habe schon ein paar Jahre beim Diener. Also Dien, weißt du, hast du auch P? A, der ist mal da. Wenn du 5 Pokémon hast, hast du auch schon ein Broker. Du hast nur noch da. Machst E, machst 5 Pokémon, machst E und den Ulti, und alle Pokémon werden dich selber gut helfen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, viele Pokémon. Mal, eigentlich, mein Internet ist jetzt richtig scheiße. Ja, ich habe einen Ping von 440 gehst. So wieder da. Ich hab mich mal bei wenig direktiv. Ich weiß nicht, bei wenig Kokosu. Oder... Platinset. Genau, ja, ja, Platinset, ja. Platinset Stufe 4, oder? Ja, ja, Marc. Ich kann dir mal unsere Klartins nennen, die wir im Team kennen. Alles möchte ich geben. Und jetzt hat noch keinen Klartin von uns im Team gefeiert. Alter, ich hab mal ein Ranked Game gewonnen. Da hat der Annie nur gefeiert. Sie ist nur reingelaufen und hat sich umgebrochen. Sie ist am Schluss gestanden 0-12 oder so. Und wir haben trotzdem gewonnen. Alter, letztes Mal hab ich ja gewann ich spielte, wo der andere mich traute, Thomas. Ich hab's gegeneinander, weil Mannes gefeiert wurde. Ich hab's nicht gespielt. Ich weiß nicht. Lulu oder so. Ich hab Lulu mit Lane gespielt, glaube ich. Ja. Ich bin meine Lane so, so, ist event gewesen, gell. 0-0. Der hat jetzt gesickt. Nur er kennt das letzte Mal schon gut. Alter, was schaust du? Was machst du? Wer ist denn? Wer ist denn? Ja. Da ist ein Link, wo ich den Barren gesteilt habe. Alter, meine Kuh hat 3 Sekunden cooler. Hast du zwei gemacht? Das spielt lang. Was du auf der Map gesehen hast, war mit Noah geil. Alter, wenn du meine Kuh... Das ist so eine Plattform. Es ist wie... Es ist wie so wie Facebook. Endlich. Hast du kommentiert und so. Einfach über Games und so. Ich will jetzt nicht sagen, da ist Facebook oder so, aber... Endlich wieder. Der Bjergsen und so, schau dort drauf. Hast du immer Sachen ablogen, was du machst? In welchen Videos tut. Auf Youtube auch. Lass. 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 Bas. Tien, gezogst du jetzt mit freier Kamer? AIM ABA über was. jawab immer mit freier Kameran zu denen immer ihn zu. So zeige. Pass auf, pass auf! Alter, die gehen gleich hin, Alter! Du gehst alle HP von denen, oder? Alter, die... Kollege, was macht das? Alter! Ich dachte... Nein! Jetzt will er trollen! Alter, du, er war noch auftötet. Ich weiß nicht. Das ist in Ordnung. Alter, was ist denn da für Vixos? Vixos würde ich jetzt ficken. Alter, da, da... Nein! Mist, rat, Alter! Nein, das ist der heutige Basta, oder? Also die diven mich! Ja, aber da ist auch eine OP. Machen wir das doch! Alter, verlaufen Sie! So diven die mich... Alter! Sie sind Level 3. Und sie diven mich! What the fuck? Das ist sicher auf Remain's Police. Ja, die... Oh, easy dodge! Die sucht, äh... 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 Die sind doch der Plan! Ich kann das ja tausend sein! Alter, ey... Machen wir das doch... Look, look, look! Machen wir das doch auch, ey! Machen wir das doch auch, ey! Ey, so... Die sind ja vier Mann Pre-Mittigen. Bist es der Schwein, sind alle zu bringen. Ja, okay, ich kann nicht viel machen, bis sie lebe selbst bin, gell? HALTU! Eheh... Das ist einfach ein bisschen in die Wester, ey, ne? HALTU! Ach, also, darum, es kill die Eins, ist allein zu sein! Nein, Alter! Ich weiß es nicht, merkst du, aber es killen! Ey, den sind ja Schweinefleisch ins Mittagard! Ja... Ey, den sind doch Schweinefleisch zum Mittagard! Ja... Schweinefleisch zum Mittagard! Ich weiß es, kann ich nicht mit... Ja, kommen wir die Minuten... Oh! Bastard! Ey... Ja, ich kann sie wieder aktivieren, bevor sie... Ey, der f***t uns, Alter! Ja, ich bin weiter hinten! Der jumpt hin und her und macht uns aber aus! Ja, der... Äh... 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 Ich muss noch drücken, Mann. Ey, vorhin, ne? Er hat fokustiert. Nein! Ja, du weißt schon, die Konten sind alle. Ja, ich habe einen Lifestyle. Ja, ich komme voll, ich habe einen Lifestyle. Ja, ich glaube, kein Damage mehr. Alter! Mach, was hast du Broker? Ich habe die ganze... Hele, ich glaube, meine Team muss ab, ja. Ich habe die ganze Mini-Echt. Was ist das? Du, hier bist ja auch wie neu. Ich habe ja... Immer im gleichen Bogen, Alter. Im gleichen Winkel. Weisst du nicht? Nein. Aber du bist schon klar, ne? Boah! Ich bin Leviser. Nice. Ey, kann ich schon... Ey, Din, wir müssen Passiv zocken. Ja, jetzt. Wenn wir einmal... Wenn wir einmal vorne sind, ist es vorbei. Ja, jetzt weiss, was ist der Krutekula der Fuhrt. Ja, jetzt ganz. Ja, Schäble. Du, dann machen wir den nächsten. Ja, hast du Galio? Ich habe Galio. Kann man rauf, das ist ja eine Tür. Ey, das ist so ein Bastard, Alter. Ja, ich habe nichts gemacht, Alter. Keine Chance. Ja, du hast mir keine Chance. 10 Minuten so weg, voll hoch. Halt doch die Minuten, Tag. Du sagst nicht wie. Ey, da ist doch die... Schau, wie du sie rauf hin. Geil, oder, Marc? Schau auf. Ey, du verdammten Pisser. Ja, ich habe so ein bisschen Angst gehabt. Ja, ich habe so eine Angst. Was ist die Angst? Ich habe hier nicht, ist ein Bastard. Uhhh, Geil. Geil, Geil! Gut. Oh, jetzt hat er meine Ulti. Die, Precliothe, jetzt bloed. Jetzt hat er meine Ulti, jetzt kein Problem. Jetzt kann er, äh... Flürtür aus den Helden oder... Ah, der Gang, äh, Gang, maniere dich jetzt. That's your sauce. Oh, oh, da. Da, 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 da. Nein, eine Flür. Nein, ganz früh. Ich bin dead, Alter. Du sprühe kurz das. Mach das Set da unten. Das sind so zwei Jahre Greenball. Ich finde es sind ihres engen Arschloch. Ey! Die One hittet mich. Nein! Geh nüt! Geh nüt! Ey, komm mir mal Topko helfen. Ich bin wirklich in der Arschloch. Ich kann nicht mehr looten. Ich schon. Ey! ITB! Ey! 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 Sie ficken in zwei Schuhe. Ey Jungs, das ist nicht mehr normal. Sind die Lücke vom Spiel gefunden oder so? Da in Rio sicher nicht wollen. Das ist doch behindert. Ich bin der Jungs, das ist doch.